Mein Vater! Mein Vater in die Poster! Muss ja echt ein bisschen aufpassen, ne? Was ich hier so fabriziere! Äh! Alter! Ah, jetzt holen wir wieder auf. Das ist scheiße. Das ist behindert. Autsch! Scheiße. Ich meine, äh, schon. Das ist wunderschön, was ich da gemacht habe. Ja, haste! Tschüss! Alter! Gib mir doch nen Sack! Was hat zu tun hier? Ich werde nicht einen rauchen. Was mache ich für ne Zigarette gerade? Hihihi! Und für euch natürlich. Das will ich nicht bezweifeln. Oh! Ich wundere, dass ich hier keine Bullen habe. Das ist unfassbar! Achtung, hab ich noch! Ich habe zwei Autos, hab ich noch. Also vor mir jetzt. Oh, der Sonnaufgang ist schön. Der noch mit den Quieten, die die Runde. Einfach unfassbar! Oh! Kann man... Kann ich hier leider nicht rein. Das würde ich absaufen. Und so viel Trost habe ich nicht! Wow! Autsch! Einen Baum knutschen würde ich jetzt auch nicht. Wenn ich hier weniger wohne. Alter! Ist das ja ein Ernst! Wollte ich hier so lange fahren? Das ist ja unfassbar! Oh, Alter! Wenn ich jetzt um den Weg gefahren bin, sorry, weil ich habe keine Karte. Ich kann nicht auf Karten gucken. Wo ist die Karte? Da hinten. Warum steht da genau so ein Dönerboden Ali? Ich weiß gar nicht. Schlechte macht's gut, du Gottverdammter Parasiten! Hey! Lass bloß meinen Wagen in Ruhe, Mann! Hey! Halt von hier, was ich selber wieder rauskomme! Halt zum Maul! Verpiss dich! Alter, verpiss dich! Blöder Direx-Assi! Dieser Alarm macht mich wahnsinnig! Gehst du noch gut? Hallo! Ah! Das sieht nicht gut aus! Das sieht überhaupt nicht gut aus, Mann! Das sieht aus, dass ich das nachmachen muss. Das werde ich ja nochmal auf-spielen machen, glaube ich. Oh, der Brück hat ihn raus-spielen. Das ist schon mal super. Das freut mich! Alter, komm nicht ein Schleudern! Nicht ein Schleudern! Nicht ein Schleudern! Alter, der schleudert! Könnt ihr sehen, dass er wieder schleudert gerade? Weil er wieder geschleudert hat! Weil sie ihn geschleudert gerade! Das machen Autos so... Oh! Das machen Autos immer gut! Ich habe es nicht so gut aus! Aber wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wie machen muss ich hier überhaupt so ordentlich mehr? Ich habe es da abgehämmelt! Weil das Auto sieht... Ja, gesund würde ich jetzt nicht sagen. Es sieht genauso creepy aus wie die Leute hier, die rumrennen. Das ist... Ja... Verfolger, Verfolger, Verfolger! Eins noch, ja... Wenn ich hier mal umdrehen dürfte... Wäre es super! Als Maul! Das Auto, das sieht aus... Nee, meine Sirene funktioniert nicht mehr! Oh Mann! Das ist doch blöd! Bei der 5 Minuten... Habe ich da wirklich so viel verschwendet? So viel Zeit? Ich meine gut, das... Ein Auto jetzt noch... Das letzte Mal... Also bei der... An der Aufnahme, die ich nicht aufladen konnte... Wegen der GEMA... Ähm... Da habe ich das alles geschafft! Sogar im First Try! Neu! Also... Hoffe ich, dass das nicht alles zu schwer wird! Das da unten... Halt, Mann! Nicht meine Karre! Weg von der Kiste, sonst mach ich dich alle! Halt den verdammten Neel gradieren! Boah, Alter! Da ist doch mal Mut hier! Geht's euch zu gut? Mit blöden... Drecksassis? Verzieht euch! Boah! Das wird klingt nicht gefallen! Nein! Das scheiße aussieht hier! Ah, Mann! Kann ich jetzt auch in der Kiste sein? Das ist doch schön! Cool! Besuch trockener Kabine! Ich meine, das ist unsicher, weil... Ich latsch hier rum und die ballern auf mich ein, das... Keine gute Kombination! Komm vorbei, wenn du ein paar Extrascheinchen brauchst! Wir haben immer Fahrzeuge, die abgeholt werden müssen! Alter! Halt mal den spastischen Bewegungen zurück! Alters Auge, ne? Der sieht so gesund aus einfach! Ja... Ja... Na, was geht! Na, die Autos, die sehen ja... Ja, gesund aus, ne? Die stehen ja auch immer rum und, äh... Ja... Der steht ja auch einfach mal rum! Könnte ich mir nehmen einfach! Dann werde ich mich mal zum Ansporn begeben! Auch wenn ich schon gespeichert habe, aber... 32 Minuten? Okay, dann lassen wir das! Ah... Karte! Indessen keine Rauchen! Indessen ich wieder zurückfahre... Kann man keine Rauchen, das ist uns zwar so anstrengend... Und ja, Rauchen ist ungesund, ich weiß... Das... Ist... Mir klar... Dass Rauchen ungesund ist! Aber ich mach's! Nikotinsucht... Kann man... Oder muss man so sagen... Ah ja, wieder 100 Health, das ist gut! Weil sich wieder was anhält, ne? Ja... Wenn wir alles in die Fresse kriegen... Das ist sehr schön! Ein paar Menschen da fahren... Das ist auch sehr schön! Oh! Kein Health... Kein Health kostet... Ich brauche eine Bromse! Dann lassen wir mal hin! Und... Als Maul, sonst Headshot! Verstanden? Und es gibt's! Headshot! Hörger! Oh! Dass so gut ist, ne? Gerade! Die Jungen liegen da gerade oben! Ne? Das ist manchmal echt tricky! Da muss man recht aufpassen! Wenn man gut ist das! Die fahren hier so auf die Runde einfach! Bäh! Kaum von gesprochen fahren wir gleich wieder weg! Wieso fährt ein Standplatt? Ich will kein Ständepack machen. Was soll denn das? Schnauze! Na? Hube? Hube? Was? Wieso fährt er denn nicht? Ist er behindert? Oh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das waren Fällen meinerseits. Momentan. Ja. Ist er dann. Oh. Muss ich mich teilweise ein bisschen behalten. Dass sie berühmlich nicht gesehen haben gerade. Alter. Sorry, dass ich sie so lastig wollte. Ich muss es glaube ich schneiden müssen. So, da sind wir wieder. Ich musste hier gerade schneiden. Also es werden die Parts mehr so lange. Ich kann da nicht umziehen. Also es ist quasi mit Tee, weil es geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist mir ein Rätsel. Quietsch. So. Was ist das aktuelle Fahrzeug zu ersetzen? Nein. Nein. Weil nachts ist es doch ein bisschen anspruchsvoller. am sonntag vincent raven fahr ich gerade das auto kann schon genauso mit raben kommen kommunizieren und ja es ist keine raben kacke auf dem dach hat und guck mal wie viele raben darauf überhaupt auf dem dach gesitzen bei vincent raven ließ es ist unfassbar ach nee das ist ja da doch so musste gucken wo ich die kamerin wo die kamera normalerweise ist gespeichert ist wollte ich nicht eigentlich zurück rennen angenommen so bevor ich eins auswähle welche brauche was gleich der fall sein wird wenn man schluck trinken klammer das mikro verprügelt mikrofon verprügeln das ist kompletten display gut weiter geht's machen wir mittel wieder mittel zum das er mittel zum zweck quasi hat drei runden das hätte ich das nicht gewusst hätte wo es denn nirgendwo weil es 90 an nitro nutzen einfach ist unfassbar wow 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 also muss das auch noch ein bisschen ein bisschen aufbrezeln damit ich auch schwierig werden was sie eigentlich auch dem man das auch verdient Ich hab mit dem Job, den ich da gemacht habe. Yay, das war der Wunsch. Weil ich schon wieder für Vorsprung hab, alter. Das sah nicht gut aus. Das war gut. Ich hab gut Vorsprung, das ist super. Voll gut. Aber ich hab ja bei den Sims hab ich ja jetzt auch... Ich mein, das wird hier noch nicht gesehen haben, aber... Ich will jetzt nicht spoilern, weil ich hab da... Ich musste da einiges neu machen, weil ich da ein paar Mods installieren wollte. Und das... Wie das bei Mods so ist, ähm... Hat... Haben ein paar Mods nicht funktioniert. Dann hab ich die rausgenommen. Und, ähm... Als ich die dann rausgenommen habe... Hab ich gemerkt, Mensch... Das sind so geile... Das sind so ne Bugs, die da waren. Zum Beispiel bin ich mit einer gewissen Person auf Knochen gegangen. Ähm... Die Person, die stand... In der Wohn... Im Wohnzimmer... Die hat sich da hingesetzt... Also im Wohnzimmer... Ganz lohnisch. Äh... Hat sich im Wohnzimmer hingesetzt einfach. Und... Äh... Ich hab schon gedacht... Sag mal, kack die jetzt ins Wohnzimmer? Und wo sie gesessen hat... Hat unten ihre Verpixelung und so gehabt... Ist die im Sitzen... Ähm... Gewandert. Also im Sitzen ist sie aufs Klo gewandert. Äh... So gerutscht quasi über die... Über so einen Moonwalk... So einen Sitz Moonwalk hat die gemacht. Und hat sich da... Äh... Dann... Aufs Klo... Ähm... Ja... Weiß ich nicht... Geglitscht quasi. Und das... Und das... Und das sah echt witzig aus. Ähm... Hätte ich mal aufnehmen müssen, aber... Das kann ich natürlich nicht so lassen. Oder konnte ich nicht so lassen. Dann hab ich den Speicherstand... Äh... Ja... Speicherstand konnte ich leider nicht... Kopieren, weil da gleich wieder weg war. Komischerweise, weil ich musste das ja... Das Spiel... Äh... Scheiß Wand! Das ist mein Auto gedamaged. Verdammt. Ich muss jetzt... Ich muss das Spiel deinstallieren, wo ich das deinstalliert hab. Weil der Speicherstand auch mit weg... Ich weiß nicht warum... Ich hab den Speicherstand kopiert... Jetzt fehlt... In der nächsten Session einiges... Wieder... Zum Beispiel das Haus, was ich da umgebaut habe... Bei dem Fall von Stuhls... Und... Ja... Da fehlt einiges... Und... Ist blöd... Aber demnächst gibt's auch ein paar Neuerungen... Aber ich will nicht spoilern... So... Ah... Vincent Raven sieht aber sehr gesund aus... Die ganzen Rahmen auf dem Dach, ey... Das ist unfassbar... Alter... Das geht ja mal gar nicht... 44... Viel können wir jetzt auch nicht mehr machen... Weil 10 Minuten... Hä... Schwierig, ne... Fahrzeug einlagern... Teststrecke... Aber reparieren können wir es noch... 1110... Wer ist das noch eine 1 müsste ich ein Bier ausgeben... Aber... Müsste ich einen ausgeben... Weil... Das ist ja eine Schnappszahl... Ne... Nein... Teststrecke... Also... Kann man ein bisschen rumfahren... Einfach... Und dann könnte ich mal ein paar... Mit ein paar Autos mal ein bisschen einfahren... Einfach... Weil... Ich hab noch 10 Minuten... Da kann man die 4 machen... Oder ich schneide hier erstmal... Weil... Ne... Das ist... Oder kann ich... Äh... Noch eine Dings anlegen... Ach... Ne... Ich bin alles Auto haben... Ah... Der ist... Achso... Ich hab er repariert... Ähm... Mann... Ich bin echt von der Rolle... Ich weiß auch nicht... Ich weiß nicht... Was mit mir los ist heute... Ich hab nichts besorgen... Ähm... Pangea... Ne... Rayfahrer... Na der sieht ja gesund aus... Ne... Die will ich nicht fahren... Rhapsody... Ooooooooh... Ja... Den will ich fahren... 46... Ok... Umziehen... Nein... Drahtverlassen... Der speichert... Na gut... Ich kann da nichts annehmen... Weil... Wenn ich den... Mach... Weil ich muss ja beenden... Dann... Gut... Hier sehen wir uns denn gleich wieder... Und... Ich will erstmal beenden... Bei... Facecam rennen... Mal starten... Ihr kennt doch nicht... Zumindest nicht... Bis gleich Leute... Ja... 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 Ja...